Biete dich noch mehr an. Scheiße warum ich den jetzt durchgestellt hab hab ich selbst keine Ahnung. Fuck logic. Ich merke das wird ein sehr langer Level. Ich weiß nicht ob ich den jetzt zu Ende spielen werde in dieser Aufnahme. Da ganz hinten muss ich. Wir müssen dafür sorgen dass hier alles gesichert ist. Ich will nicht dass irgendwer rein oder raus kommt ohne dass ich davon weiß. Tisano! Wo bleibt das verdammte Licht? Es wird auch langsam Zeit! Pst! Sieh mal da drüben nach! Mach ich! Pst! Biete dich noch mehr an! Pst! 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 Ich weiß warum ich den jetzt durchgeschleppt hab hab ich selbst keine Ahnung. 他們 ist herzlich versetzt aber... Ja bitte 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 focus! Jaaaa... So... ... das hat schon mal ganz gut geklappt... Ich habe aber immer noch keine schallgedämpfte Waffe. Das finde ich nicht so toll. Ich finde das ja ein bisschen einfach gerade. So Leute, jetzt habt ihr aber den Bogen überspannt. Nein! So will ich das nicht machen. Stopp. Nein. Ich will mich da durchsneaken. Tut mir leid Leute, wenn ich das ständig wie es da habe. Nicht mit mir. Ich will, dass hier alles auf den Kopf gestellt wird. Der entkommt uns nicht. Nicht während meiner Sicht. Hey Fisano, schalten Sie mal das Licht an. Und kann mir um Himmels Willen mal jemand die Pläne für diesen Laden besorgen? Was ist mit diesem Fisano nur los? Er sollte sich in das verdammte Sorgenes versetzen lassen. Wir müssen dafür sorgen, dass hier alles gesichert ist. Das könnte besser klappen. Ich habe eine Schmutz, ohne dass ich weiß, wie er weiß. Wie ist das? Toll mich? Wo bleibt das verdammte Licht? Moment. Okay, habe ich gefunden. Wie ist das? Also, in der Fuß eine, die du rauskuckst. Hier, wo du siehst? Und wir können mich nicht finden, wenn das Licht nicht funktioniert. Ja, ja, ich hab's gehört. Schon kapiert. Was hat der Kerl für ein Problem? Jeden Tag schreit er mich an. Er schreit und schreit, genau wie meine Mutter. Ständig. Ich ertrag das nicht mehr. Was hat der eigentlich für ein Problem? Nimm's dir nicht so zu Herzen, Fisano. Ja, schon klar. Du bist in der Neuen. Aber keine Sorge, ich halte dir den Rücken frei. Ja, okay, danke. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Gehen wir. Ja, Sir. Du gehst bitte auch. Komm schon. Ist da jemand? Nein. Ja, ich denk ihn auf der Fall. Jetzt könnt ihr euch doch wenigstens da verziehen. Leute. Ja, jetzt gehst du da wieder hin. Du bist es. Sabotage. Nicht schon wieder. Fisano! Bin unterwegs, Sir. Ach, komm schon. Ich helfe dir. Lass dich von ihm wie so runterziehen. Ich geh mein Wissen. Okay? Ja. Schön. Wenn ich dem das jetzt an den Kopfwäffer stirbte, dann? Ich hoffe mal nicht. Eigentlich hoffe ich mal doch. Aber... Hast du da drüben nachgesucht? Wollte ich gerade machen. Wo muss... Okay. Da an die Kante muss ich. Ich warte einfach, bis der Typ da weg ist. Ich könnte mich ja theoretisch mit Instinkt an denen vorbeischleichen. Hey, dieser Typ. Scheiße! Das... Nein! Hehehe. Tralalala. Komm schnell. Raus hier. Raus. Hehehe. Scheiße. Ich muss ehrlich sagen, mein Freund, das finde ich nicht so toll, dass du da jetzt hingehst. Wir werden wahrscheinlich auch noch die Leichen da hinten finden. Alter, wie sich das hier mal einfach mal mit Polizisten füllt. Lichtgerüst. Lichtgerüst. Hätten die natürlich was zu tun, ne? Das wird aber Wachen alarmieren. Das wird aber Wachen alarmieren. Kommen Sie raus. Was? Wachen Sie auf mit Sachen zu werfen. Ach, wie kommt ihr auf die Idee, dass ich das bin? Kann das sein, dass ich direkt über mir mein Ziel habe. Kann das sein, dass ich direkt über mir mein Ziel habe? Die Aufmerksamkeit auf diese Stelle lenken lassen. Wenn ich den Kronleuchttur runterfallen lasse. Das wäre nämlich ziemlich, sagen wir, kontraproduktiv. Wer Typ immer da stehen muss, wo ich grad lang will. Komm, geh. Ich will da einfach nur raus. Jetzt. Okay. Okay. Nicht okay. ... Nicht okay. Oh. Oh. Okay. Tja, ich hab ein paar Leute da rumliegen, ne? Die habt ihr noch nicht gefunden. Die wollen anscheinend, dass ich diesen Balken da hochgebe, okay? Wie soll ich denn an diesem Balken da ... Soll ich dagegen schießen? Dann würde natürlich der Balken da runterkommen und ich könnte da wahrscheinlich sogar hochlaufen, ne? Ne, hier kann ich nicht rüber. Guck mal, das ist die einzige Lösung, aber dann werde ich doch instant gesehen, was ist denn das? Boah! Er hat mich verarscht! Das ist doch schienlos! Nice! Mist! Rüber komme ich hier aber auch nicht. Kannte. Scheiße. Okay, nicht mein bester Level. Aber wenigstens wurde ich bei diesem Mal noch nicht entdeckt. cooler Oh, 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 oh. Soll ich denn hier weg? Du siehst mich nicht. Ich könnte jetzt bestimmt den Blut daraus fließen. Alter hier ist es so laut. Wieso macht eine Heli sowas? Boah, slow mo. Toll. Das ist eine Szene. Dafür brauchten wir Slow Motion. Danke. Überprüfen Sie den Dachverschlag. Er hat möglicherweise das Gebäude gewechselt. Over. Ich will da drücken die einfach mal schon. Aber das mit den Lags. Okay, es geht bis 16. Mach ich's mal auf 8. Lagen tut's immer noch. Ich glaub, das liegt der von Fraps. Scheiß Fraps. Jetzt, was soll ich mich denn bei dem jetzt verkleiden machen? Das ist er! Feuer eröffnen! Viel Zoll ö... Ja, toll. Fickt euch.